Hallo und willkommen zu einer neuen Comic-Empfehlung des US-Comic-Versands Harald Grimm. Heute empfehle ich Vamps von der Texterin Elaine Lee und dem Comic-Künstler William Simpson. Lernen Sie die femme fatale Howler, Screech, Whipsnake, Skeeter und Mink kennen. Fünf gefährliche weibliche Vampire, die auf ihren Harleys die Highways von Amerika unsicher machen, trunken vor Freiheit und hoher Optanzahl. Nachdem sie ihren männlichen Vampirmeister getötet haben, gehen sie auf die Suche nach einem neuen Leben. Doch Howler, ihre Anführerin, ist von einem Dämon aus ihrer Vergangenheit besessen. Einen, den sie zuerst bezwingen muss, bevor sie wirklich die Freuden einer untoten Existenz genießen kann. Vamps ist eine wilde Geschichte aus Blut und Kron. Ein tödlicher Straßentrip von Las Vegas nach New York, in der Bekleidung von fünf sehr schönen, aber ungewöhnlichen Frauen. Wie immer wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß beim Lesen.